Nominativ ist blau, Akkusativ ist grün, Dativ ist rot. Eine Person einladen zu etwas. Ich lade eine Person zu ein. Du lädst eine Person zu ein. Er, sie, es lädt eine Person zu ein. Wir laden eine Person zu ein. Ihr ladet eine Person zu ein. Sie, sie laden eine Person zu ein. Sie laden eine Person zu ein. Der Artikel ändert sich bei der Präposition zu. Der zu dem. Das zu dem. Die zu der. Oder die Kurzform zu dem. Zum. Zu dem. Zum. Zu der. Zur. Beispiel. Der Geburtstag zum Geburtstag. Das Fest zum Fest. Das Jubiläum zum Jubiläum. Die Hochzeit zur Hochzeit. Die Party zur Party. Die Feier zur Feier. Übung. Du hast 15 Sekunden Zeit zu sprechen. Beispiel. Die Taufe. Ich lade dich zur Taufe ein. Ich lade dich zur Party ein. Ich lade dich zur Party ein. Die Hochzeit. Du lädst mich zur Hochzeit ein. Du lädst mich zur Hochzeit ein. Das Fest. Er läd dich zum Fest ein. Er läd dich zum Fest ein. Das Jubiläum. Sie läd dich zum Jubiläum ein. Sie läd dich zum Jubiläum ein. Der Geburtstag. Es läd dich zum Geburtstag ein. Es läd dich zum Geburtstag ein. Die Feier. Wir laden euch zur Feier ein. Wir laden euch zur Feier ein. Ihr laden euch zur Hochzeit ein. Ihr laden euch zur Hochzeit ein. Die Party. Die Party. Die Party. die Party. Vielen Dank.